Herzlich willkommen auf unserer Seite Probefahren. In dem nachfolgenden Video werde ich Ihnen erklären, wie Sie eins unserer Fahrräder mit patetiertem Sci-Fly-Antrieb für ganze 14 Tage lang testen können. Dazu klicken Sie ganz einfach unter dem Video eines der beiden Varianten an. Es gibt einmal die Variante mechanisch, beziehungsweise die Variante e-Bike. Haben Sie nun eine dieser Varianten angeklickt, befinden Sie sich direkt im Bestellprozess. Sie können nun im nächsten Step, sofern noch nicht vorhanden, Ihr Kundenkonto anlegen und wählen dann eine der Zahlungsmöglichkeiten aus. Sie haben hier die Möglichkeit, zwischen Paypal, Paypal Plus, Amazon Pay, Kreditkarte oder Sofortüberweisung zu wählen. Im nächsten Step schließen Sie den Kauf ganz einfach ab und danach wird sich unser Kundendienst direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Nach der Terminabstimmung wird unser Servicemitarbeiter mit einer Vielzahl von Möwe-Fahrrädern, beziehungsweise E-Bikes, bei Ihnen erscheinen und Ihnen Ihr Wunschfahrrad perfekt konfiguriert auf Sie einstellen. Sie können dann das Fahrrad für ganze 14 Tage lang ausführlich Probefahren. Sollten Sie sich für den Kauf entscheiden, werden Ihnen die 99 Euro, beziehungsweise die 199 Euro auf den Kaufpreis angerechnet. Sollten Sie sich während dieser Testphase gegen den Kauf entscheiden, holen wir das Fahrrad wieder bei Ihnen ab und innerhalb der Servicegebühr ist dieser Rücktransport mit inkludiert. Das weitere Wichtige ist, dass wir ein Versicherungspaket mit in dieser Servicepauschale integriert haben. Das bedeutet also, das Fahrrad ist gegen Diebstahl oder Vandalismus, beziehungsweise auch gegen Schäden versichert. Das heißt, Sie haben wirklich ein komplett rundum Sorglos-Paket. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Probefahren. Ihr Tobias Spröter Das ist ein ganzes Wichtige.